hallo ihr lieben und willkommen zur elften raunacht die elfte raunacht der vierte januar 2023 was gibt es heute so besonderes zu beachten was gibt es heute anzuschauen sicherlich einiges und ihr werdet impulse bekommen aus der meditation aus den karten die gleich meinen vorworten folgen werden ich denke wichtig ist aber auch noch mal auf etwas anderes zu schauen was mit euch selber zu tun hat und da könnt ihr jetzt im neuen jahr verschiedene faktoren euch anschauen denn was macht euch denn aus im leben es sind mehrere faktoren das eine ist was habt ihr geerbt da geht es nicht um etwas materielles was wir geerbt haben sondern das sind die gene dass wir in uns haben das ist auch ein bisschen ja so einiges vom aussehen was wir geerbt haben da ist allerhand mit dabei dazu kommt dann ein zweiter faktor denn was hat die umgebung aus uns gemacht sprich wie wurden wir erzogen was haben wir an informationen mitbekommen an lehren an werten all diese dinge und das was wir hier alles mitbekommen haben das hat uns ganz schön geprägt und dann da kommt noch ein dritter faktor dazu der dritte faktor das ist die freie wahl die freie wahl was wir aus unserem erbe und was wir aus dem was unsere umgebung mit uns gemacht hat daraus machen was wir daraus tun ihr seht die ersten zwei faktoren das ist so ein bisschen das wo man nicht viel einfluss gefühlt im ersten moment hat und doch hat man mit dem dritten faktor ganz ganz viel einfluss man kann allerhand verändern man kann das blatt wenden und ja nehmt euch das als vorsatz ihr habt alles in der hand ihr seid der oder diejenige wo das eigene leben bestimmt den weg des eigenen lebens und das ist es was es so besonders macht und da möchte ich euch hinführen denn denkt einmal drüber nach was habt ihr geerbt was wurde aus euch gemacht und wo entscheidet euer freie wille was die nächsten schritte sind mit diesen gedanken entlasse ich euch in die meditation und in die karten und wünsche euch einen bezaubernden tag schließe deine augen und nimmt drei tiefe atemzüge um so langsam all das außen hinter dir zu lassen atme ein und atme aus und komme ganz tief in dir selber an lass alles hinter dir schieb alle gedanken beiseite spüre und fühle einfach nur dich und sollten doch gedanken des alltags nochmal hier und da aufploppen gibt sie liebevoll an mutter erde ab und atme noch mal tief ein und tief aus tief ein und tief aus auch heute bist du wieder in deinem zirkus zählt du sitzt alleine in dieser wunder wunderbaren welt des zirkus in deiner loge du schaust so um dich und stellst fest alleine ist das alles nur bedingt schön und du hast es noch nicht richtig gedacht steht vor dir ein zauberer dieser zauberer spricht dich an und fragt dich wen möchtest du in deinem leben haben er fragt dich wen möchtest du in dein zirkus zelt holen du darfst ihm jetzt all die namen sagen von den menschen die du gerne in dein zirkus zelt holen möchtest du darfst sie alle platzieren jeden an einem speziellen platz denke an deine familie an deine freunde bekannte nachbarn arbeitskollegen menschen die du vielleicht nur vom sehen kennst die du gerne hier dabei hättest all diese menschen darfst du gerne holen gibt dem zauberer die aufgabe sie in dein zirkus zelt zu holen vielleicht sind es auch menschen zu denen du schon länger keinen kontakt mehr hattest die du 2023 wieder in dein leben holen möchtest denke an all diese personen dein zirkus zelt ist groß überlege wo du sie platzieren möchtest einer nach dem anderen und während du das tust holt dich der zauberer in die mitte der manische damit du siehst wie so aus geisterhand die ganzen personen auf einmal erscheinen die einen ein bisschen näher die anderen ein bisschen weiter weg du holst sie alle zu dir die dir wichtig sind wie gesagt die einen ein bisschen mehr die anderen ein bisschen weniger und entsprechend darfst du alle positionieren der zauberer macht noch etwas anderes mit dir er drückt dir einen kalender in die hand einen kalender von 2023 er fragt dich ob du schon zeit eingeplant hast für all die menschen die dir wichtig sind er gibt dir einen stift und fordert dich auf zu notieren was möchtest du jetzt schon planen wo sind wichtige termine und wie von geisterhand werden all diese termine ganz schnell in diesem kalender notiert der zauberer fordert dich auf wieder auf deinen platz zu gehen dich hinzusetzen um jetzt zu spüren wie diese veränderte magie im zirkus zelt ist du warst die letzten tage allein doch jetzt bist du mit vielen vielen personen im zirkus zelt spüre mit dem herzen in all die reihen in all die menschen und nimm diese veränderte magie wahr und final spüre mal tief in dein herz welche auswirkungen das tief in deinem herzen hat nimm all die gedanken die in den letzten minuten in die hochgekommen sind mit in den tag nimm sie mit in in das hier und jetzt damit du so langsam überkleiden darfst in das hier und jetzt hat mir noch mal bewusst ein und aus ein und aus und nimm alle gedanken an die hand lass sie dich begleiten lass sie sich weiterentwickeln und wenn du möchtest schreibe sie auf schreibe sie in dein raunacht tagebuch lass alles geschehen was kommt lass alles passieren hat mir noch mal ein und noch mal aus und dann öffne langsam deine augen wieder wir schauen auf die karten für den vierten januar die für den november 2023 stehen was zeigt sich da was kommt da zu uns und die erste karte die wir sehen dass es die seelenstern aktivierung seelenverträge erfüllen sich daran erinnern wer man ist wir haben hier den seelenstern seelenstern ein energiezentrum das über dem scheitel liegt das uns mit seelenweisheit verbindet und das auch unser energieportal zur ätherischen ebene ist da haben wir ganz ganz viel auch abgespeichert da ist viel altes wissen wo wir ja Informationen erlangen wo wir downloaden um es im computerdeutsch zu sagen dinge die für uns so besonders sind und gerade wenn wir hier diese information haben zu wissen wir können uns erinnern wer wir wirklich sind zeigt das dass wir viel geschaffen haben viel getan haben in früheren inkarnationen dass unsere seele bereit ist zu wachsen die früheren inkarnationen die zeigen uns oft mal auch so ein innenleben der seele auf zeigen auf welche zyklen von karma da sind was wir gelernt haben und ja in der jetzigen inkarnation hast du wieder eine aufgabe wo du eine absicht gefasst hast wo du erkennen möchtest wo du wirklich herkommst was du bist welche person du bist welche kräfte du hast all das natürlich auch dieses erkennen von menschen die man liebt von seelen die man liebt die da in in seelenverträgen mit uns bei uns hängen um dann tatsächlich ja auch dinge zu tun die hier von direkt von deiner seele aus angesteuert werden da wunderts nicht mit dieser karte wenn wir in die past life karte schauen dass die weisheit tatsächlich kommt und jetzt haben wir hier auch noch die einhörner gefühlt mit dabei die uns sagen hey da ist eine ganze menge an wissen da erinnert dich wer du wirklich bist und ja wir tun das step by step denkt an die zwiebel die habe ich vor einigen raunächten erwähnt dass man dass wir so schale für schale wirklich von uns geben um in die mitte zu kommen um zu erkennen wer sind wir was tun wir denn meist so wenn es kalt draußen ist wir ziehen uns im sogenannten zwiebel look an das heißt wenn dich jemand kennen lernt erst mal in dieser ganzen montur einer zwiebel der guckt erst mal relativ oberflächlich hin wie schaut derjenige aus schiebte ich vielleicht schon in so eine art schublade um dann wenn du die erste schale ab legst deine mütze deine jacke zu erkennen oh moment mal da ist ja was anderes noch dabei das ist jetzt auf kennenlernen gemünzt aber so kannst du das auch für dich selber eben auf deine situation wie du dich selber kennenlernst du ein anderer lernt dich so kennen aber auch du lernst dich kennen indem du schale für schale oder kleidungsstück für kleidungsstück ausziehst bis du irgendwann nackig da stehst das würdest du jetzt natürlich nicht in einem lokal tun wenn dir hier jemand gegenübersteht den du kennenlernst da zieht man sich nicht gleich im lokal nackt bis auf gar nichts mehr aus aber es geht hier um dich es geht ganz klar um dich und du bist an dem punkt dass du dein wahres sein erkennen möchtest und somit eben ja jeden teil von dir der da bei dir ist jeden teil der sich zeigen möchte und ja da kommt man eben an dinge heran und an was kommt man heran an an einiges nämlich auch hier an unvollendete symphonie die kommt hier das heißt am 4 januar beziehungsweise november 2023 wirst du erinnert das sind tatsächlich noch unerledigte aufgaben das sind noch unvollständig gelernte lektionen da ist etwas wo noch nicht abgeschlossen ist etwas das vielleicht wieder gut gemacht werden soll also du merkst da ist noch allerhand dinge zu tun also fangen wir mal an was ist unerledigt das könnte man jetzt mit einem haushalt auch wieder vergleichen so kurz vor weihnachten wenn man anfängt sein haus aufzuräumen und man überlegt das muss ich noch jenes muss ich noch und hier und da und man macht sich irre irre stress sondern vor lauter stress vergisst man vielleicht doch einiges du hast hier prinzipiell keinen stress nämlich es geht wirklich darum dass du dich immer mehr dich selber näherst und diese karte die sagt auch dass du tatsächlich an entwicklungsabschnitten stehst dass du tatsächlich da stehst wo wo noch mal gefühlt so ein cut gemacht werden muss um dann in die nächste ebene zu gehen das ist ja wie wie sagt die wie sagt denn die jugend immer im computerdeutsch so level end gegner oder wie das dann oft heißt oh gott ich sehe ihr seht schon ich bin da auch nicht unbedingt die fitteste es ist wirklich ja da ist noch so ein abschluss da will noch etwas und dann next step und ja da sind wir wieder beim zwiebel look da ist die schale kurz vorm abwerfen und dann kommt die nächste schale und jedes mal wenn so eine schale der zwiebel abgeworfen wird bei uns dann kommt natürlich auch ein glücksgefühl und hier haben wir den gipfel des glücks also das ist wirklich so jawohl da geht immer wieder ein tück ein stück ein stück weiter halleluja man kann auch über sich selber lachen also du gehst weiter du springst du zwiebel look all egal wie man es nennen möchte du bist eben dabei dein leben erfüllt zu leben und genau das ist jetzt so wichtig wir schauen auf die rau nachts karten und bei den rau nachts karten da sehen wir hier für den vierten januar und den november 2023 da haben wir weinen und segnen etwas zu weinen etwas zu segnen was segnen wir wir sind manchmal selber gesegnet und erkennen es kann nicht wir dürfen aber auch selber dinge segnen ich kenne viele menschen die tun ihr essen ihr trinken segnen sie bedanken sich das ist so eine art auch danke zu sagen es ist eine art ja dinge wir haben da auch ein räuchern dabei also weihrauch und wasser man kann da so so sprengeln wir verbinden das oftmals mit der kirche und da steckt aber ja einfach noch viel viel mehr dahinter weil es geht hier um eine thematik die sagt es gibt liebe frieden kraft dass wir das in die welt schicken spannende sache weil es geht ja hier schau mal wir haben ganz viel wissen wir haben vollendung um an diesen glücks gipfel anzukommen und das zeigt einfach wir dürfen auch dankbar sein die schritte des lebens die wir gegangen sind die wir schon hinter uns gebracht haben weil kein anderer ist mit unseren schuhen diesen weg gelaufen und nur wir selbst dürfen erkennen was für einen wunderbaren weg wir da gegangen sind spannende energie und das geht dann hier noch in etwas über wo wir einfach sehen wir dürfen geheimnisvolle düfte um uns haben was du jetzt natürlich mit dem video nicht mitbekommst aber ich kann dir sagen dass es hier bei mir stattfindet hier hängen ganz ganz viele düfte in der luft weil ich am räuchern bin natürlich und ja somit auch das video gefühlt unterstreiche und ich kann dir auch verraten mit was ich geräuchert habe denn das ist einmal das dürft also heute ist der wurm drin mitspringen der duft der göttin aber auch gleichzeitig noch weißer salbei was hier in der luft hängt also wir gehen unseren göttlichen weg und er ist gereinigt er ist geklärt und das ist eine ganz ganz tolle energie die hier mitschwingt ihr seht auch der vierte januar der november 2023 eine interessante phase die wir durchschreiten ja ihr lieben und jetzt hoffe ich natürlich dass ihr morgen wieder dabei sein wenn wir dann in die letzte rohnacht gehen und schauen was die für uns bringt ja ihr wartet ja